Die Interleving Küche Serie 3041 liefert die Lösung für alle, die auch in ihrem Hauswirtschaftsraum nicht auf Qualität und eine ansprechende Optik verzichten wollen. Die Front in Zementoptik Saphirgrau unterstreicht den hochwertigen Look. Die Interleving Küche Serie 3041 erhalten Sie in zahlreichen Frontfarben und Ausstattungsvarianten. Die Interleving Küchenprofis stehen Ihnen bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Die AEG Waschmaschine L7 FBG 60489 mit Energieeffizienz Klasse A ist hier bereits enthalten. Inklusive Wäschesack 8 kg, 1400 Umdrehungen pro Minute mit Mengenautomatik. Der praktische Jalousienaufsatzschrank bietet eine interessante Optik und einen perfekten Platz für das Bügeleisen. Oder Reinigungsmittel, die außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden sollten. Die Nischenverkleidung in passender Frontfarbe wirkt sehr harmonisch und verbindet die Hochschränke ideal mit dem Spülenbereich. Offene Regalboards bieten Platz für alles, was schnell im Zugriff sein muss. Perfekt eingeteilter Stauraum für Besen, Staubsauger und so weiter, sowie für die Wäschesortierung, findet sich im Hochschrankelement und in weiteren Auszügen und Türen. Geräumige Auszüge in den Unterschränken garantieren beste Erreichbarkeit und Ordnung. Dank Soft-Einzug schließen Sie leichtgängig und lautlos. Das Türelement in der Optik einer Küchenfront verbirgt dezent den Durchgang zur Küche. Die Interliving Küche Serie 3041 trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und bietet volle 5 Jahre Herstellergarantie. Interliving. Küche für mich gemacht.